Dieses Video wird unterstützt von SpielenXXL.de. Retro-Style-Games direkt im Browser spielen. Hallo und herzlich willkommen zu Retro ausgepackt. Hallöchen! Wir haben mal wieder eine Kiste von unserem Sponsor SpielenXXL.de bekommen. Und ihr kennt den Drill. Ja! Hagen, was ist der Deal mit Kisten, die wir da bekommen? Wir sind auf der Road to 10.000. Das ist so und das bleibt so. Es sei denn, ihr guckt das Video, wenn wir schon mehr als 10.000 Abonnenten haben. Kann ja sein. Hagen, und jetzt du bitte? Ja, jetzt einfach wahr. Auf jeden Fall, unser Sponsor schickt uns eine Kiste. Wir packen, gucken rein. Wir schauen, was in die Sammlung bei uns gerade so noch reinpasst. Und der ganze Rest geht in einen großen Pool. Und dieser ganze Pool geht in die Verlosung. Und in die Verlosung wird stattfinden bei einem 24 Stunden Dauerstream mit VD. Genau. So, also das heißt, wir gucken jetzt wieder was. Also wir haben ja schon mal so, das waren ein paar größere Kisten noch. Das ist jetzt ja hier, ist ja überschaubar von der Größe her. Das ist die kleine Variante. Die kleine Variante. Er hat noch etwas nachgeschickt. Und wir gucken jetzt, was denn da für uns drin ist und was da für euch vielleicht so drin sein könnte. Und beim letzten Mal, das war schon ziemlich hammergeil, was da drin war. Also da freue ich mich schon für euch, was es da alles Geiles gibt und was da übrig bleibt. Und ich glaube, wenn das genau so wird, jetzt wieder wird das genau richtig geil. Ja. So. Und wir fangen an mit der Produzent, die Welt des Films. Ich glaube, wir haben es noch nicht. Hagen? Es kommt mir total unbekannt vor. Unbekannt vor. Es ist, glaube ich, wieder eine Wirtschaftssimulation. Und wir können hier mal schauen, beziehungsweise ich drücke hier auf diese Taste. Dann seht ihr es auch in groß. Es ist von Workrosoft Publishing. Wirtschaftssimulation für Amiga 1200 bis 4000. Genau. Eine Wirtschaftssimulation, wo man Filme produzieren muss. Kaufen Sie interessante Filmkonzepte, sorgen Sie für eine rationelle, dabei aber hochprofessionelle Umsetzung des Stoffs und die passende Werbekampagne. Verlustreiche Flops können Sie sich nicht erlauben. So. Sag mir, kennst du das? Nee. Also ich glaube, ich habe das schon mal gehört, aber das Spiel selbst kenne ich nicht. Ich meine, der Sven von Spielen XXL hat ja selber ein Faible für Wirtschaftssimulation. Ja, wir ja durchaus auch. Deswegen ist das so. Ja, ich war da nicht Zielgruppe. Ich war weder 1200 noch 4000. Ja, das war halt bis von 1997. Da warst du schon nicht mehr auf dem Amiga unterwegs. Da war ich auf der Titanic nicht mehr unterwegs, ja. Genau. Es sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Disketten. Und wir können mal in die Anleitung schauen. Eigensteuerung auf jeden Fall. Und ansonsten würde ich mal sagen, eine typische deutsche Wirtschaftssimulation. Ist das eine deutsche? Also jedenfalls ist das Handbuch in Deutsch. Also du hast das mit so einem leicht unterschwelligen, das ist das Verkaufsargument überhaupt. Es ist eine deutsche Wirtschaftssimulation. Das kann was. Ich glaube, dass Wirtschaftssimulationen aus Deutschland, außerhalb von Deutschland, nicht ganz so den großen Markt haben, wie in Deutschland. Also muss man einfach mal, muss man glaube ich einfach mal so sagen, oder? Ich weiß nicht, aber ich vermute es, ja. Ich meine, wer The Settler daraus macht und das irgendwie versaubeutelt, dann kann ja nichts werden. Wie das... Verjubiliert, ja. Ja. War das Ubisoft? Glaube, oder? Glaube. Das war hier... Fummel, das doch mal da rein, Hagen. Hagen, fummel, du das doch mal da rein. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten, nämlich Mag. Dennis, kennst du das Spiel? Mag, das haben wir ja gespielt, eines unserer ersten. Wir haben es allerdings in der CD-Variante gespielt. Und das hier ist, wenn ich das richtig höre, die Diskettenvariante. 32 Farbversionen, 256 Farbversionen, es ist alles dabei. CD-Versionen, deutsche Version. Wir gucken einfach mal rein, ob es die CD oder die Diskettenvariante ist. Gab es das auch als englisches Spiel? Das ist die CD-Variante. Ich glaube nicht. Also es ist genau das, was wir gespielt haben und in Top-Zustand. Ja, Hagen, ganz kurz, worum geht es in Mag? Deswegen fragte ich gerade, also es geht darum, dass du eine Spielezeitschrift erstellen musst, über, also eine Computerspielezeitschrift, das ist glaube ich die beste Beschreibung. Aber du musst die wirtschaftlich zum Erfolg bringen und dabei siehst du relativ viele Sachen, naja, Bewertungen zu den Computerspielen und zwar echte Computerspiele. Und das macht richtig Spaß, sie auch zu lesen. Also wir hatten wirklich Spaß beim Spielen. Guckt es euch an, macht richtig Bock. Und hier haben wir das Original in richtig gutem Zustand. Also da ist noch, da ist kein Schimmelgebab drauf und nix. Einwandfrei. Also schaut euch, und wenn ihr mehr wissen wollt, unser Retroplay an. Und auf jeden Fall hat Spaß gemacht damals. Ja, eine weitere Wirtschaftssimulation und ich meine, wir müssen sortieren. Also der Produzent kommt zu uns und Mac kommt zu euch, weil das haben wir ja schon. So, dann kommen wir zur Microprose. Hagen, kennst du B-17 Flying Fortress? Ich kenne natürlich den schweren Bombard, also deswegen eine der, eine richtig gute, wie ich glaube, Wirtschafts-, äh, Wirtschafts- Simulation, Flugzeug-Simulation von Microprose. Ähm, ich muss zu ihm, ich habe aber keine Erinnerung mehr, dass ich selber gespielt habe. Aber jetzt, ich sehe gerade die Screenshots auf der Rückseite, Dennis. Hm. Gucke, halte die doch auch mal in die Kamera gleich, äh, weil die, zum Beispiel, also das Bild hier kommt mir sehr bekannt vor. Sieht man den Bumper von oben. Ich habe es aber weg, ich weiß es nicht mehr. Ich, es ist einfach weg. Manchmal ist dann Sachen auch einfach weg in meinem Alter. Das hier ist allerdings die PC-Version. Ah, okay. Manchmal ist ja auch PC-Version dabei. Ähm. Ist aber auf jeden Fall auch ein Klassiker. Deutsche Version auch, ja. Von, und spielt, man muss einen Bomber 1942 halt hier zum Ziel bringen. Genau. Auch hier Schachtel in Top-Zustand. Und das. Ah, das Microprose. Ah, nimmer das. Ah, die haben ja so eine, die haben das Schachtel, die hatten das, die wussten, wie man das macht. Technisches Begleitheft. Technisches Begleitheft. So, Ende des Einsatzes. Verteidigung, Fliegen, wo guckst du durch, welche Knöppscher musst du drücken. 4 HD-Disketten dabei. Ah, ich könnte jetzt, ich könnte jetzt mich hinhocken und das Handbuch lesen, gell. Ah, ist das super gut. Ist gut. Registrierkarte, dann haben wir noch hier Tastenvarianten und ich glaube, Hagen, wir haben noch ein Poster. Ui. Da bin ich ja schon, da bin ich ja schon neidisch jetzt. Für die. Genau, das habe ich so richtig rumgehalten. Avionik-Begeisterten, ja. Eine B-17. Sau gut. Also ich bin ja nicht so der Flugsimulator Mensch, deswegen, ich kann wenig zu dem Spiel sagen. Aber Jan ist ja bei uns mehr der Flugsimulator-Experte und er leitet mich ja gerade ein bisschen an. Er leitet dich an, ja. So, ungefähr. So, fummeln wir das da wieder ordentlich rein. Ich habe es für ein Amiga, das heißt, das können wir, glaube ich, weitergeben auf den linken Stapel. Das macht es einem das Leben einfacher, wenn man das große Schwere zuerst reinmacht, Dennis. Ach, so läuft es hier. Genau. So läuft das nämlich. Ne, es passt nicht. Ich muss das drehen. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um ungefähr. An dieser Stelle stellst du dir bitte das Wahlrost damals aus der HRN, was war das? Irgendwie da. MDR. Wieder so. Antje. Ungefähr diesen Soundtrack machst du jetzt einfach vor dich hin und da weißt du Bescheid. Ja. So, es soll ja auch nicht kaputt gehen dabei jetzt. Also hat es bis hierher in so einem guten Zustand überlebt. Und dann der Dennis. Und dann der Hagen, der das jetzt da reinschiebt. Gleich so. Erstes Brennen. So, dann haben wir der Clou. Da haben wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Hier auch jetzt in der Amiga 500 Version. Auch da Schachtel-Top-Zustand. Ja, man muss einen Einbruch planen. Daystorna Million haben wir als C64-Vorgänger quasi gespielt. Ja, wir gucken noch mal kurz. Schachtel. Auch hier alles im Top-Zustand. Gut, ja, okay, es ist benutzt, das Handbuch. Ich hätte fast gesagt, ein 40 Jahre altes Computerspiel wurde mal benutzt. Wahnsinn. Ja, also der Clou auch bisher nicht gespielt, soll aber super sein. Machen wir nach darüber. Dann hätten wir hier noch einmal Bundesliga-Manager Headtrick. Diejenigen, die das letzte Video gesehen haben, werden den Running Gag erkennen. Und es sind drei Disketten drin und sind auch alle drei Handbücher drin. Es sind auch alle drei Handbücher drin. Genau, also ein weiteres Bundesliga-Manager Headtrick. Dann haben wir von Sid Meier, Microprose Railroad Tycoon. Ich weiß gar nicht, war das beim letzten Mal? Ich bin mir unsicher. Könnte sein, Railroad Tycoon von 1990. Das war vor Civilization, glaube ich. Also ein bisschen, ich sage mal ganz grob, ein bisschen SimCity-mäßig. Wir hatten schon mal darüber gesprochen, beide. Also du hast es, glaube ich, angespielt. Ich habe es noch nicht gespielt. Ihre Vision, ihr Projekt, ihre Eisenbahn. Auch da gucken wir noch mal kurz rein. Ich finde das doch so liebevoll mit den Höhlen und so. Ja, also hat er jede Diskette einzeln eingepackt. Das ist die deutsche Version. Du musst mir hier rüber, wir sind im Bild. Ah, also das ist die deutsche Version mit dem deutschen Handbuch. Hinten die Informationen über Eisenbahntechnik und Geschichte der Eisenbahn. Und dann haben wir hier noch die Referenzkarte, dürfte noch drin sein, ne? Genau, wir haben die Referenzkarten und wir haben die technische Ergänzungen, Kundenkarte. Das Ding ist vollständig. Genau, da ist englisch-deutsches Glossar, also alles dabei. So, dann haben wir fast wieder das Gleiche, aber nur fast. Denn wir haben Hattrick, aber ohne Bundesliga-Manager. Ähnlich ist nicht das Gleiche, Dennis. Genau, Hattrick, die Fußball-Simulation der 90er steht drauf. Okay. Ist von Ikarion. Was sagt mir Ikarion? Das heißt mir auch irgendwas. Stehen drüben noch andere Spiele. Ich wollte schon sagen, das kommt mir selber vor. Ich glaube, Zeppelin war, glaube ich, von Ikarion. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auch eine deutsche Firma, glaube ich, aus Aachen. Aachen, ja. Ikarion Software GmbH. Viele neuartige Features, die für monatelang Spielspaß sorgen. Komfortable Editorsysteme, Computerteams mit künstlicher Intelligenz, Pressekonferenz, Jahreshauptwassalong, hunderte von Ereignissen. Fußball, 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 Fußball. Und mit vier Spielermodus. So, und wie hast du da umfohlen? Das ist für Amiga. Alle Modelle. Braucht aber 1,5 MB RAM. Steht sogar drauf, wie viele Disketten es insgesamt sind. Sind alle fünf dabei. Und auch ein sehr gewichtiges, dickes Handbuch. Nice. In bundisch. Und es ist vor allem in einer Schriftgröße, die man lesen kann. Die man in unserem Alter lesen kann. Sehr ausführlich erklärt. So gut. Habe ich auch noch nicht. Das heißt, das kommt dann mal auf den rechten Stapel. Und dann haben wir auch beim letzten Mal schon mal gezeigt, die Siedler. Die Siedler haben wir ja einen kleinen 72-teiliges Retroplay dazu gemacht. Sehr, sehr großartiges Spiel. Hat eine Serie begründet. Hagen hat sie alle gespielt. Ihr kennt das. Und beim letzten Mal haben wir ja einen Siedler ausgepackt. Und Hagen hat gesagt, ah, ja, das kommt bitte auf den rechten Stapel für den Hagen. Ja. Und leider, leider, muss ich euch sagen, auch das wandert auf den rechten Stapel für den Markus. Weil der Markus hat gesagt, boah, Siedler hätte ich auch gern. Deswegen, ja, gucken wir mal kurz, was drin ist. Aber ich sage es, das nächste Siedler, was durchkommt, das ist für euch. Was dann durchdiffundiert. Ist das geil. So, wir haben die, also, zugeklebt. Drei Disketten sind dabei. Wir haben das Handbuch. Genau. Vollständig. Die Reference Card. Mit der Referenzkarte. Genau da, also man kann da die Disketten reintun oder hier ist es nochmal separat. Tschaka. Sehr schön. Saugut. So, dann haben wir... Wir fangen, wir machen das so ein bisschen, ein paar Highlights noch für den Schluss aufheben. Ja. Dann machen wir jetzt, hier gibt es eine Anwendung. So. Nämlich für den Amiga Diavolo Backup. Ein Backup-Programm. Also ich esse gerne die Pizza, aber was für ein Backup-Programm? Ja, damit man von seiner Festplatte ein Backup machen kann. Ach, es gab ja Amiga-User mit Festplatte. Ich vergesse das immer. Festplatte gehabt, ja. Genau. Genau. Diavolo Backup ist von 1995. In der Standardversion immerhin 98 Mark Computer Corner aus München. Und man kann Passworts vergeben, Dateien auswählen, DD und HD-Disketten, Festplatten sichern, SCSI-Wechselmedien. Wir gucken mal in die Schachtel rein. Das teuflisch gute Backup-Programm braucht Amiga OS 2.1. Also eines der wenigen, die mindestens 2.1 voraussetzen. 2.1 war die Amiga-Version, wo dann Data-Types und mehrsprachige Unterstützung und sowas dazu gekommen ist. Genau, eine Diskette. Ne, hier, was ist das? Da ist noch eine Pirates-Diskette 2 von 2 mit drin. So zum Thema Diavolo Backup. So ist klar, ja, ja. Von wegen Festplatten-Backup. Ja, ja, ich erkenne langsam. Das teuflisch gute Backup-Programm. Ja, da musst du aber nochmal ran, Dennis. Ja, da musst du nochmal festkleben. Ja, da musst du nochmal ran. Sicherung auf Bandlaufwerke und sowas kann man da machen. Stimmt, das gab es ja auch mal. Das gab ja auch. Es gibt es auch heute noch. Also auch heute werden noch Daten durchaus auf Bandlaufwerk gesichert. So in Firmen. Also hier mit Ringbuch und so weiter. Kommt in die Anwendungs-Corner. Ja, ich hatte es in einer Bastelecke schon mal gefragt. Sagt doch mal Bescheid, ob ihr auch gerne ein bisschen mehr über Anwendungen wissen wollt. Oder ob ihr sagt, ja, ist ja schön und gut damals, aber zocken, Games. Also wenn ihr gerne auch mal Videos, wo wir uns explizit um Anwendungen kümmern sehen wollt. Also wo ich mich um Anwendungen kümmere. Dann guckte ich gerade so zu mir rüber nach der Devise. Hagen, habe ich nicht mit dir abgesprochen. Geht es. Und guckte gerade so. Und ich so. Einwendung. Also wenn ihr da auch was sehen wollt, mal zur Anwendung, dann schreibt das mal gerne. Dann gucke ich mal, wenn ich irgendwo Zeit finde, ob ich oder andere euch... Also wenn du die Zeit findest, dann komme ich am nächsten Tag her mit der Schaufel und buddel nebendran weiter. Das war ein Running Gag. Ja, ist okay. Der rannte schon weg. Der rannte schon weg, der Gag. Jetzt haben wir dreimal das gleiche Spiel. Dreimal Sealed. Und zwar dreimal Eishockey-Manager 2007. Cool. Lassen wir jetzt aber zu. Die lassen wir auch Sealed. Wir lassen die jetzt Sealed. Weil es gibt ja Leute, die auch Sealed sammeln. Also ist auf jeden Fall von Erich Kühn-Hackel unterschrieben. Ich kenne mich jetzt nicht so bei Eishockey aus. Ich gebe es zu. Aber hier oben. Aber ist glaube ich keine originale Unterschrift, würde ich vermuten. Aber sieht schon ganz pöppig aus. 2007 für den Windows-PC ab 98.000 XP. Also es hat einen Retro-Anzug. Offizielle Lizenzen. Spannende Eishockey-Matches in 3D-Echtzeit. Also ist nicht mein Sweet-Spot. Deswegen hätte ich gesagt, da tun wir mal alle drei Exemplare nach da links. Und dann haben wir hier auch noch... Das sind aber verschiedene Versionen. Das ist ja lustig. Guck mal, die ist jetzt USK 0 da als Aufkleber. Ah, da ist noch der... Aber das ist im Nachhinein... Das ist hier auf der Folie außen drauf. Ah, okay. Das ist noch foliert, ja. Das ist auf der Folie außen draufgeklebt noch. Ja. Und dann haben wir hier noch A-Train 8. Die Städte-Bau-Bahn-Management-Simulation versiegelt. Es steht drauf Ersatzhülle. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne es auch nicht. Aber es ist original eingeschweißt. Also Ersatzhülle ist irgendwie sehr lustig. Es ist eingeschweißt. Ob es original eingeschweißt ist, keine Ahnung. Ach so, wissen wir nicht. Es ist eingeschweißt. Es steht der grüne Punkt drauf. Deswegen tippe ich drauf, dass es original eingeschweißt ist. Und es ist so ein bisschen was wieder Richtung SimCity. Also A-Train kenne ich. Aber ich wusste gar nicht, dass es acht Teile A-Train gibt. Also... Bei A-Train bin ich raus. Weiß ich nicht. Tun wir auch mal auf die linke Seite. So, dann. Jetzt sind wir wieder bei Amiga, glaube ich. Genau. Der Run-Trainer. Heute wieder ein bisschen fußballlastig, aber in verschiedenen Varianten. Run, sagt dir das was? Run-Fußball. Das war von Sat.1. Die Sportschau von Sat.1. Die Sportschau von Sat.1. Die Sportschau von Sat.1. Genau. Run-Trainer. Steuern Sie eine Bundesliga-Mannschaft. Ja. Von Greenwood Entertainment. Und hier sehen wir auch Sat.1-Logo. Also das mit dem bunten Ball noch. Sie sind ja der Trainer einer Fußball-Bundesliga-Mannschaft. Sie führen ihren Profifußballer durch die Saison. Spieltag zu Spieltag. Es ist Wechseltag der Trainergefühle. Ach, guck hier mit Johannes B. Kerner. Den kenne ich noch. Die Zusammenfassung des Spieltags auf ihrem Bildschirm in RAN. Gibt es wahrscheinlich irgendwie Screenshots oder so, Fotos und dann, weil für Animationen, für Videos ist, glaube ich, hier kein Platz auf der Diskette. Was für ein System hast du, glaube ich, noch nicht? Amiga 500 1MB-RAM. So, und dann haben wir hier Disketten. Wo steht die? Die Nummer ist es. 1, 2, 3, 4, 5. Und der Vorbesitzer oder einer der Vorbesitzer hat die irgendwie durchnummeriert, die Disketten. Dann gibt es hier von Helmut Schulte, Fußballtrainer in den 90ern, Experte, Psychologe oder Moderator. Ja, doch zum Beispiel 90er-Jahre-Schnorres. Ja. Und die Anleitung dazu. Steuern Sie eine Bundesliga-Mannschaft. Da kommen wir sogar auch in bunt hier. Schön. Hier haben wir auch Farbfotos, äh, Farbfotos. Farbige Screenshots. Hier sehen wir Mannschaftstraining. Dann machen sie gerade da Rinse. Schnelligkeit, 100-Meter-Lauf. Kondition, macht mal einen Waldlauf. Also so mit richtig Trainingsmethoden und so. Fang in 11 Meter mitspiel. Also es ist mehr eine Trainersimulation tatsächlich, wenn ich das so richtig sehe. Heißt auch Run-Trainer übrigens. Ja, genau. Also wahrscheinlich, es wird auch gespielt, aber hier ist, glaube ich, mehr auf dem Trainer-Part. Die Simulation des, ja, als ein Management-Spiel dann. Ja, ja. So gut? Ja, habe ich noch nicht. Bleibt also bei uns. In den heiligen Hallen. So, dann haben wir, fußballmäßig geht es weiter mit Anstoß. Auch das hatten wir beim letzten Mal schon mit dabei. Jawohl. Also ein weiteres Exemplar. Anstoß. Wir müssen, also Ziel ist, wir haben eine Bundesliga-Mannschaft und wir müssen Bundestrainer werden innerhalb von 10 Jahren. Auch da schauen wir einfach mal kurz rein, wie vollständig es ist, die Version für Amiga 500. Von Asken und nicht von Ascaron. Genau, Ascaron hießen sie dann später. Ja. Und habe ich da gelernt mit dem Spiel. Deswegen wollte ich das jetzt nochmal plattdrücken. So, das ist die 3 von 5 ECS. 4, 3, 2 von 5 ECS, 1 von 5 ECS, 4 von 5 ECS, 5, 5 ECS, 2, 1. Also offensichtlich ist das auch die AGA-Version mit dabei, weil das war die ursprüngliche. Also in einer Schachtel, beide Versionen, 2 in 1 quasi. Dazu Handbuch und Handbuch. Beide? Eigentlich sind es zwei Spiele in einer Schachtel. Das ist die, wahrscheinlich, wenn ich es richtig sehe, die ECS und die AGA-Version. Zwei Handbücher, zwei Sets an Disketten, aber nur die Schachtel von der ECS-Version. Ja, dann, aber 2 in 1 quasi. Und vorletztes Spiel. Das kommt auf die linke Seite. Das kommt, genau, haben wir schon. Das nächste kommt auch auf die linke Seite, haben wir nämlich auch beim letzten Mal schon ausgepackt. Das ist die Anstoß World Cup Edition. Das ist jetzt, wir sind der Bundestrainer und jetzt müssen wir den World Cup gewinnen. So, auch da nochmal die Kontrolle, was drin ist. Es draufsteht, es ist die Amiga 500 Version. und Diskette 5, 2, 1, 4, 3, passt das, denke ich. Und das Handbuch. Interessanterweise, wenn ich das richtig gesehen habe, ist die World Cup Edition, die ist von 94 und die andere war glaube ich von 93. Und im englischsprachigen Ausland hieß es On The Ball und da ist erst die World Cup Edition erschienen und die andere dann danach. Und die Testberichte ging in die Richtung, ja der Nachfolger von Anstoß World Cup Edition ist ja ganz nett, aber irgendwie, das ist ein Schritt zurück, da fehlen irgendwie Sachen, das ist irgendwie merkwürdig, also was soll denn das? Ja, ist verständlich, es wäre der Vorgänger, aber naja, bei uns kam es in der richtigen Reihenfolge auf den Markt jedenfalls. So, Kiste leer? Ne, eins haben wir noch und bei dem bin ich mir sicher, dass der Hagen das gut findet. Also, ich meinte so, wir haben nämlich Mechalomania. Wow, Dennis! Ein absoluter Klassiker, ein frühes Echtzeitstrategiespiel. Das müssen wir auf jeden Fall uns demnächst mal anschauen. Hast du das schon bei dir auf deiner Liste? Also, ich habe das schon. Möchte der Hagen das mit in seine Sammlung haben? Meine kleine Veto-Karte liegen. Ja, okay. Dann kommt das dann auch nach rechts. Megalomania, deutsche Version, ein neuer Planet ist geboren und hat noch keinen Gott. Könnten Sie das sein? Neun Epochen. Ich sage nur, the design is ready. Also, sehr großartig, lass dich verzaubern, digitalisierte Sprachausgabe, komplett in Deutsch. Also, mit diesem Spiel, muss man dazu nur sagen, habe ich unglaublich viele Stunden Spaß mit dem Dennis im Kopf. Weil wir hatten damals, haben wir das zusammengespielt, fast ausschließlich zusammen. Und ich weiß, wir haben das viel gespielt. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Dennis war da auch immer hervorragend viel besser als ich. Das weiß ich auch noch. Ja, ich habe jetzt gesehen, wenn man es richtig kann und richtig auf Tempo anlegt, dann kann man das ganze Spiel in dreieinhalb Stunden durchspielen. Wobei, ich bin ja bei so Strategiespielen immer einer, wir treten ihm den Rasen kaputt. Ja, und danach machen wir ihn fertig. Und dann machen wir ihn fertig und dann... Dann lassen wir ihn winseln und dann zerquetschen wir ihn. Genau, und nicht einfach nur, ich habe da gesehen, da hat einer die letzte Epoche quasi im Zack-Zack-Zack durchgespielt im Sinne von, okay, wir bauen jetzt als allererstes die Atomraketen, dann nuken wir alle anderen und dann haben wir nach einer Minute gewonnen. Kann man machen. Kann man machen, ist aber doof. Ja. Deswegen, wir werden das dann mal ausführlicher machen. Megalomia. Genau, hier ist ein Code, hat einer für die zweite Epoche einen Code hingeschrieben. Ja, ein absolut großartiges Echtzeit-Strategiespiel, allerdings mit fest, also ohne Scrolling, es sind so feste Sektoren. Aber müssen wir uns auf jeden Fall anschauen und kommt dann auch auf den rechten Stapel. So, das war es für heute, dann lass uns nochmal gucken. Sollen wir nochmal einen Schnelldurchwurf machen hier? Genau, wir fangen mal mit dem rechten Stapel an, was wir hier jetzt dazu bekommen haben. Also, Megalomania für den Hagen, Runtrainer, Diablo-Backup, die Siedler für den Markus, Hattrick und der Produzent. Und dann haben wir für die Verlosung dazu bekommen, Ja, A-Train, Eishockey-Manager, Bundesliga-Manager, Hattrick, Anstoß und Anstoß World Cup Edition. Dann haben wir der Clou, Meg, Railroad, Tycoon und B-17, The Flying Fortress. Genau, in der PC-Version. Ja, so, auch hier wieder vielen Dank an unseren Sponsor SpielenXXL.de für diese schöne Ergänzung unserer und eurer Sammlung vielleicht. Genau, wir gucken mal dann, wenn wir das mit dem 24-Stunden-Stream erreicht haben, müssen wir uns noch überlegen, was genau die Modalitäten sind, wie wir das dann unters Volk bringen, aber die Kiste ist schon gut gefüllt auf jeden Fall. Dann, wie immer, sagt man, was denn euer Highlight diesmal mit dabei und gibt es irgendwas, wo ihr euch schon mal bewerben wollt, was ihr vielleicht irgendwie gerne hättet? Bewerben! Ja, und dann, wie immer an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Macht's gut! Ad Astra! 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 Ad Astra!